Hallo, bin ich noch bei dem Reisebüro jetzt jetzt. Pass mal aufhalten das. Ist der Huber da. Den gibst du mir jetzt mal, die Blei. Den gibst du mir jetzt mal. Du, der hat mich da hergeschickt in dieses Thailand. Da hat mich da hergeschickt, weil da hat er gesagt, da ist es schön, da ist es wunderbar. Und er hat gesagt für mich, hey, du, äh, was? Ja, Moment, jetzt ein Moment. Ja, wie? Ja, ja, schon. Schon, du, Moment. Wo ich geh, wo ich geh, hat immer noch, man seist, man seist, man seist, man seist mit einem Ding. Happy Ending. Ich kenn den überhaupt nicht. Den kenn ich überhaupt nicht. Jetzt hat mir, jetzt pass auf, da hat mir die letzte mal einen direkt an die Gackerl, da hat mir hingelangt. Ich hab mir direkt, hat die mir, ist er da? Gib, gib mir ihn. Ja, ja, ja. Ja, zum Fressen. Da gibt es nichts. Da gibt es keinen Schweinsmann, keine Leberkasse, eben kein nichts. Haben die da. Gar nichts. Null. Also so, wie Ananas. 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 Ananas hab ich immer schon Dinges gekriegt. Was ist ein Ananas? Was ist ein Ananas? Ja, ja, ja. Ja, die Landschaft. Landschaft. Ich weiß, was ist ein Tegernsee? Ich fahr sonst, wenn mich der noch einmal, wenn mich der da herschickt, nächstes Mal fahr wieder an Tegernsee runter, dass es mal klein ist, weil da gibt es wenigstens einen Anschlägen 53 und so weiter. Was? Ein Erdinger. Ein Erdinger. Ich trinke kein Weißbier. Ich hab in meinem Leben noch nie ein Weißbier tun. Jetzt soll ich da hier unten, soll ich jetzt ein Erdinger Weißbier tun oder was? Hä? Ja, du weißt, du weißt, jetzt kannst du ja mal mit Leuten persönlich schauen, dass er ganz schnell, dass er ganz schnell... Nix Tuk-Tuk. Nix Tuk-Tuk. Nix Tuk-Tuk. Ja, ja, die kommen immer zu mir da und dann hat Leute auf sein kleines Auto, dann sagt ihm nur ein Tuk-Tuk. Ein Tuk-Tuk, was weiß ich, was ich hier wieder habe. Jetzt kannst, jetzt sagst du dem Herrn Bubel, er soll ich schleunigst. Aber schleunigst. So eher schauen, dass er den Flüger wieder runter schickt, dass er den wieder runterfährt da. Derselbe, am besten wieder derselbe, weil die Bedienung der Flüger, die war gut. Die war gut. Die hat mir die ganze Zeit immer nachgeschenkt. Das war okay. Das war das Schöne. Das sagt einem Huf und Schönergues. Wenn ich heimkomme, dann kann er sich aber von mir was anhören. Das sag ich dir gleich. Weil wenn der mir gesagt hätte, dass da herunter, ich hab ja nicht einmal jemanden zum Schafkopf, ich hab ja nix. Ich hab jetzt keiner da, der wo mit mir irgendwie einen Schafkopf oder irgendwas macht. Nix, gar nix. Und dann gleich so ein Gast wird, wollte er ihm sagen, dass er einen riesen Rümpfig. Und wenn der mir noch einmal sagt, so, hier, da und so weiter, Thailand, nächstes Mal fahren wir wieder am Tegernsee, dass es klar ist. Mama, die schicken mir keinen Flüger. Ich muss da bleiben jetzt die ganze Zeit.